Vishnu ist einer der wichtigsten Götter unter den vielen Hindu-Gottheiten. Er ist dafür verantwortlich, die Welt zu erhalten und zu bewahren. Um dies zu erreichen, nimmt Vishnu verschiedene Formen oder Avatare an, um das kosmische Gleichgewicht wiederherzustellen und die Welt vor den Kräften des Bösen zu schützen. Das Avatara ist ein Konzept der Hindu-Mythologie, das die 10 Inkarnationen des Gottes Vishnu bezeichnet. Diese 10 Avatare oder Inkarnationen repräsentieren verschiedene Stufen der Evolution, die zu unterschiedlichen Yugas oder Zeiten auftreten. Wenn sich der Gott Vishnu in der hinduistischen Mythologie auf der Erde manifestiert, um die kosmische Ordnung wiederherzustellen, tut er dies in verschiedenen Inkarnationen oder Avataren. Im heutigen Video erfahren wir etwas über die 10 Avatare des Gottes Vishnu und ihre Rolle in der Evolution der Zeit und der Erhaltung des Dharma. der kosmischen Ordnung und Gerechtigkeit. Matsuya war die erste der 10 hinduistischen Inkarnationen von Vishnu. Er nahm die Gestalt eines Fisches an, um die Welt vor einer riesigen Flut zu retten, die alles Leben zu vernichten drohte. Matsuya wird in der Regel als eine Figur mit dem Oberkörper eines Menschen und dem Unterkörper eines Fisches dargestellt, der mit vier Armen, Waffen und Machtsymbole hält. Während der großen Flut der hinduistischen Mythologie erscheint Matsuya, um den frommen und ersten Menschen Manu zu retten. Er riet ihm, ein großes Boot zu bauen und sieben Weisen sowie Proben aller Lebewesen und Samen aller Pflanzen mitzunehmen, da die Welt eine Erneuerung erfahren würde. Als die Flut kam, brachte Matsuya das Boot in Sicherheit und Manu wurde zum Stammvater der neuen Menschheit. Matsuya steht für die Notwendigkeit, Weisheit und Leben im Angesicht von Widerlichkeiten und Zerstörung zu bewahren. Die Vorstellung eines Neuanfangs nach einem katastrophalen Ereignis lässt uns über Widerstandsfähigkeit, Erneuerung und die Fähigkeit, Herausforderungen zu überwinden, nachdenken. Matsuya hebt auch die Bedeutung einer verantwortungsvollen Führung hervor. König Manu, geleitet von Matsuya, ist der Hüter des Lebens und des Wissens. Er zeigt, dass Führung, Weisheit, Mut und Pflichtbewusstsein gegenüber allen Lebewesen erfordert. Der Matsuya-Avatar wird während des hinduistischen Dajavatara-Festes gefeiert, das die zehn Inkarnationen Vishnus ehrt. In der hinduistischen Mythologie ist Kurma die zweite Inkarnation von Vishnu. In diesem Fall nahm man die Gestalt eine Schildkröte an, um den Göttern und Dämonen zu helfen, zum Aufwühlen des kosmischen Ozeans beizutragen, das als Samudra-Mantan bekannt ist, und um den Nektar der Unsterblichkeit zu bergen, der auf dem Grund des Ozeans verborgen ist. Diesem hinduistischen Mythos zufolge arbeiteten die Götter und Dämonen zusammen, um dem Nektar der Unsterblichkeit zu erlangen, von dem sie glaubten, er würde ihnen ewiges Leben und ewige Macht verleihen. Um diesen Nektar zu erlangen, mussten sie den Ozean aufwühlen, wobei sie den Berg Mandara als Auslöser und die Vasuki-Schlange als Seil benutzten. Als die Umwälzung begann, begann der Berg im Ozean zu versinken, da er zu schwer war, um von den Göttern oder Dämonen getragen zu werden. An diesem Punkt nahm Vishnu die Gestalt des Kurma-Avatars an, hielt den Berg aus seinem Rücken und erlaubte, dass die Umwälzung weiterging. Das Aufwühlen des Ozeans brachte viele Dinge hervor, darunter ein Gift, das alles Leben auf der Erde zerstören konnte. Der Gott Shiva erschien, trank es aus und rettete so das Universum vor der Zerstörung. Aus dem Ozean stiegen auch zahlreiche Objekte und Kreaturen auf, darunter die Göttin des Reichtums, Lakshmi, und der Gott der Medizin, Danvantari, der den Nektar der Unsterblichkeit mit sich führte. Götter und Dämonen kämpfen um den Nektar. Doch mit Vishnus Hilfe gelang es den Göttern, die Dämonen zu besiegen und sich den Nektar zu sichern, wodurch sie Unsterblichkeit und ewiges Leben erlanken. Der Vatakurma symbolisiert Stabilität, Unterstützung und Gleichgewicht. Indem er das Gewicht des Berges trägt, hält Kurma die Harmonie zwischen Göttern und Dämonen aufrecht und ermöglicht es ihnen, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Diese Geschichte zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit ist, selbst zwischen Feinden, um größere Ziele und kollektive Vorteile zu erreichen. Varaha wird als der dritte Avatar von Vishnu verehrt. Er wird gewöhnlich mit einem menschlichen Körper und einem Eberkopf dargestellt und hält eine Scheibe, ein Muschelhorn und eine Kriegskeule, Symbole seiner göttlichen Kräfte. In der hinduistischen Mythologie nahm Vishnu die Gestalt eines Ebers oder eines Menschen mit Eberkopf an, um die Erde, verkörpert durch die Göttin Budedi, vor dem Dämon Hüranjaksha zu retten, der sie auf den Grund des kosmischen Ozeans entführt hatte. Der Legende nach tauchte Varaha auf den Grund des Ozeans und lieferte sich einen erbitterten Kampf mit dem Dämon Hüranjaksha, den er nach einem epischen Kampf, der tausend Jahre dauerte, tötete. Danach trug Varaha Budewi auf sein Stoßzehn an den ihr gebührenden Platz. Die Göttin Budewi war Varaha für ihre Rettung so dankbar, dass sie seine treue Anhängerin wurde und schwor, ihm immer zu dienen. Nachdem er die Göttin gerettet hatte, ruhte Varaha auf dem Berg Meru, der Achse der Welt, und schuf das Universum. Er wird manchmal als kosmisches Wildschwein bezeichnet und soll mit seinen Hauern die Erde aus den kosmischen Gewässern gegraben haben. In dieser erlösenden Mission symbolisiert Varaha die göttliche Kraft, die in der Lage ist, zu retten und zu läutern. Die Geschichte erinnert uns daran, dass selbst unter den schwierigsten Umständen Licht und Wahrheit über Dunkelheit und Ungerechtigkeit siegen werden. Narasima gilt als eine der stärksten und furchterregendsten Inkarnationen von Vishnu. Dieser Avatar hat einen menschlichen Körper mit dem Kopf und den Krallen eines Löwen. Narasima gilt als Symbol für Schutz und Mut und ist in der Lage, alle Kräfte des Bösen zu vernichten. Hindu-Mythen besagen, dass Narasima geschaffen wurde, um den Dämonenkönig Hrnayakshipu zu besiegen, der den Segen der Unbesiegbarkeit erhielt. Der Dämon wurde arrogant und tyrannisch und verfolgte alle, die ihn nicht als Gott verehrten. Der Tyrann verbot die Verehrung Vishnus und unterdrückte seine Verehrer. Doch sein eigener Sohn, Pralada, blieb ein glühender Verehrer Vishnus und widerstand allen Versuchen, seinen Glauben zu ändern. Verärgert über Praladas unerschütterliche Hingabe, forderte Hrnayakshipu ihn auf, zu zeigen, wo Vishnu sein könnte. Pralada erwiderte, dass Vishnu überall sei, sogar in den Säulen des Palastes. Hrnayakshipu griff eine der Säulen an, auf der Narasima erschien. Der Dämon und Narasima kämpften erbittert. Doch Hrnayakshipu konnte Narasima nicht aufhalten, der den Dämon tötete, indem er ihn auf seinen Schoß legte und ihn mit seinen Klauen zerriss. Das war das Ende der Tyrannei und die Wiederbelebung der kosmischen Ordnung. Das Universum fühlte sich erleichtert und Vishnus Anhänger feierten den Sieg der Gerechtigkeit. Pralada kniete mit Trän der Hingabe in den Augen von Narasima nieder. Dieser segnete den jungen Prinzen trotz seiner grausamen Erscheinung mit Liebe und Schutz. Narasimas Sage ist eine zeitlose Erzählung, die die Macht des Glaubens darstellt. Narasima mit seiner wilden Gestalt und seinem schützenden Wesen symbolisiert die göttliche Allgegenwart und das Eingreifen zum Schutz von Rechtschaffenheit und Glauben. Diese Geschichte unterstreicht, dass, egal wie stark die Kräfte des Bösen sind, Gerechtigkeit und Wahrheit sich durchsetzen werden. In der hinduistischen Mythologie verlor der Götterkönig Indra während eines alten Krieges sein Reich an den Dämonenkönig Bali. Indra bat den Gott Vishnu um Hilfe bei der Wiedererlangung seines Reiches. Vishnu verkörpert zum fünften Mal Vamana, den jüngeren Bruder des Gottes Indra, einen brahmanischen Zwerg. Bali war ein äußerst tugendhafter Dämon, der alle religiösen Grundsätze beachtete und niemals eine Bitte eines Brahmanen ausschlug. Vamana bekam eine Audienz bei Bali und bat ihn um ein Stück Land, so groß wie drei seiner Schritte, auf dem er leben konnte. Bali besaß das gesamte galaktische System und wollte den bescheidenen Wunsch des kleinen Vamana erfüllen. Denn wie groß wäre das Land, wenn es nur drei Schritte eines Zwerges fassen würde? Mit dem ersten Schritt umfasste Vishnu die gesamte Galaxie, mit dem zweiten das gesamte Universum und dann fragte er sich, wohin er seinen Fuß für den dritten Schritt setzen sollte. Als Bali bemerkte, dass Vamana Vishnu in Verkleidung war, bot er ihm seinen eigenen Kopf an. Vishnu setzte seinen Fuß auf Balis Kopf und stieß ihn in die Unterwelt. Vamana symbolisiert göttliche Schlauheit und Demut und zeigt, dass das kosmische Gleichgewicht oft nicht durch Gewalt, sondern durch Weisheit erreicht wird. Bali hingegen steht für Rechtschaffenheit und Tugendhaftigkeit. Selbst im Angesicht ungünstiger Umstände zeigt er, dass wahre Hingabe keinen Platz für Stolz hat. Die Geschichte unterstreicht die Bedeutung von Ausgewogenheit und Gerechtigkeit, sowie die Notwendigkeit, sein Wort zu halten und Verpflichtungen einzuhalten, selbst wenn die Konsequenzen unerwartet sind. Parashurama ist der sechste Avatar von Vishnu in der hinduistischen Mythologie. Er wurde als Sohn des Weisen Yamadagmi und dessen Frau Renuka geboren. Parashurama war für seine außergewöhnlichen Talente als Brahman-Krieger und seine unerschütterliche Hingabe an Vishnu bekannt. Parashurama wird oft mit einer Axt dargestellt, die er benutzt, um die Kräfte des Bösen zu besiegen und zu zerstören. Zu Parashuramas Zeiten lebte die Welt unter der Tyrannei der Kshatriyas, die ihre Pflichten vernachlässigten, das Volk ausbeuteten und die Weisen und Brahmanen nicht respektierten. Vor diesem Hintergrund wurde Parashurama in die Familie eines Weisen hineingeboren, mit der göttlichen Absicht, die korrupten Kshatriyas zu beschrafen und Gleichgewicht und Gerechtigkeit wiederherzustellen. Mit einer Axt, Parashu, die ihm von Shiva gegeben wurde, führte Parashurama mehrere Feldzüge gegen die Kshatriyas durch, wobei diejenigen ausrottete, die Ungerechtigkeit produzierten und die Rechtschaffenden beschützte. Er reinigte nicht nur die Erde vor Korruption, sondern etablierte auch die Vorherrschaft des Dharma und lehrte, dass Macht immer durch Tugend und Verantwortung ausgeglichen werden muss. Nachdem er diese Mission erfüllt hatte, schenkte Parashurama, die Ländereien, die er obert hatte, den Brahmanen und zog sich zurück, um sich der Meditation und Buße zu widmen. Er wurde ein Asket, das heißt, jemand, der auf weltliche und körperliche Freuden verzichtet, um einen höheren Zustand der Spiritualität oder des Verständnisses zu erreichen. Er fährt fort, Könige und Weise zu führen, um Rechtschaffenheit zu finden. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Amataren ist Parashurama in der hinduistischen Mythologie nicht nur als rücksichtlicher Krieger, sondern auch als hingebungsvoller Asket verebigt, als Symbol für die Kraft der Disziplin und des Engagements für Rechtschaffenheit. In der hinduistischen Mythologie ist Rama der siebte Avatar des Gottes Vishnu. Er war der König von Aodhya und die Hauptfigur im Epos Ramayana, einem der berühmtesten hinduistischen Texte, in dem seine Abenteuer erzählt werden. Es ist ein echtes Handbuch der Ethik, der Pflicht und des Dharma. In diesem Epos wird Rama als idealer König und Mensch beschrieben. Er ist eine der am meisten verehrten hinduistischen Gottheiten in Indien und diese Inkarnation von Vishnu ist auch die berühmteste. Rama war der älteste Sohn von König Tasharatha und Kausalya. Er heiratete Sita, die Tochter von König Janaka in der Svayambara-Zeremonie. Bei dieser Zeremonie mussten Sitas Verehrer einen mächtigen Bogen zusammenstellen und nacheinander einen Pfeil auf sieben Bäume schießen. Nur Rama, die Inkarnation von Vishnu, war in der Lage, diese Aufgabe zu bewältigen. Als er für 14 Jahre in den Wald verbannt wurde, weil seine Stiefmutter Kakei ihren Sohn Bharata zum König von Aodhya machen wollte, begab sich Rama mit Hilfe seiner Frau Sita und seines treuen Bruders Lakshmana auf einen Weg der Selbstfindung und Erleuchtung. Eines Tages gingen Rama und Lakshmana auf die Jagd und ließen Sita allein zurück. Sie wurde von dem Dämonenkönig Ravana entführt. Er hatte 10 Köpfe und 20 Arme und herrschte über Lanka. Aus Rache hielt er Sita gefangen. Um Sita zu retten, verbündete sich Rama mit Sugrivas Affenarmee, angeführt von dem unerschrockenen und frommen Hanuman. Gemeinsam bauten sie eine riesige Brücke nach Lanka, Ravanas Festungsinsel, um sich auf die bevorstehende Konfrontation vorzubereiten. Der entscheidende Punkt der Schlacht war der Zweikampf zwischen Rama und Ravana. Letzterer war mit seinen mystischen Kräften und seiner übermenschlichen Stärke ein würdiger Gegner. Rama hingegen verkörperte Tugend und Dharma und verfügte über einen göttlichen Bogen und Pfeile, die ihm von den Göttern geschenkt wurden. Der Kampf war lang und anstrengend. Beide Kämpfer bewiesen außergewöhnliche Fähigkeiten. Ravana sprach Zaubersprüche und beschwor dämonische Kreaturen, während Rama mit göttlichen Pfeilen und der Kraft seiner Tugend antwortete. Jeder von Ravanas Angriffen wurde von Rama abgewehrt, der unerschütterlich blieb. Der Kampf erreichte seinen Höhepunkt als Rama unter der Führung des Windgottes Vayu und bewaffnet mit dem Wissen, das er von den Weisen erworben hatte, den göttlichen Pfeil Brahma auf Ravana abfeuerte. Er durchbohrte sein Herz und er fiel besiegt zu Boden. Es war der Sieg des Guten über das Böse, der Gerechtigkeit über die Ungerechtigkeit. Nach dem Ende seines Exils kette Rama als Held nach Arduya zurück und wurde zum König gekrönt. Heute wird Rama für sein Mut, seine Tugend, seine Tapferkeit und seine absolute Hingabe an seine Frau und an Arduya verehrt. Krishna ist eine der berühmtesten und faszinierendsten Figuren der hinduistischen Mythologie. Er ist die achte irdische Existenz Vishnus und die heilige Reinkarnation, die von den Indern am meisten verehrt wird. Er wird gewöhnlich als blauheutiger Kuhhürte dargestellt, der es liebt, Flöte zu spielen, um alle Lebewesen zu verzaubern. Krishna ist bekannt für seine Liebe zu Rara, seiner göttlichen Gefährtin. Krishnas Geschichte beginnt mit seiner Geburt in einer Gefängniszelle in Mathura, wo seine Eltern, Vasudeva und Devaki von dem grausamen König Kamsa gefangen gehalten wurden. Aus Angst vor einer Prophezeiung, die seinen Tod durch Devakis achtes Kind vorhersagte, sperrte Kamsa das Paar ein. Doch im Augenblick von Krishnas Geburt zerrissen auf wundersame Weise ihre Ketten. Die Gefängnistüren öffneten sich und Vasudeva brachte Krishna entlang des Pluses Yamuna nach Vrindavan, wo er von Yashoda und Nanda aufgezogen wurde. Vrindavan wurde zu Krishnas göttlichem Spielplatz. Dort führt er zahllose Streicher aus, die bis heute in Erinnerung geblieben sind und gefeiert werden. Einer der beliebtesten ist der, bei dem Krishna Butter aus den Häusern der Gubis stiehlt, was ihm den Spitznamen Makankor, Butterdieb, einbrachte. Krishna war nicht nur ein frecher Junge, sondern auch ein liebevoller Beschützer. Er rettete Vrindavan vor verschiedenen Unglücken, was seine Göttlichkeit bewies. Als der Schlangenbimon Kalia den Fluss Yamuna vergiftete, bezwang Krishna Kalia mit seinem göttlichen Tanz über die Köpfe der Schlange, reinigte das Wasser und rettete die Dorfbewohner. Die spätere Phase von Krishnas Leben ist angefüllt mit Heldentaten und politischer Gerissenheit. Der Gott ist auch für seine Lehren über den Weg der Rechtschaffenheit und seine Rolle als Führer und Freund des Helden Arjuna im indischen Epos Bhagavad Gita bekannt. Darin leitet der Meister seinen Schüler Arjuna in der Schlacht von Kukushetra zwischen den Kauravas und den Pandavas an. Die im Kampf zwischen Gut und Böse ausgetragen wird. Krishna wird alljährlich am Janmastami-Fest gefeiert, mit dem seine Geburt und sein Vermächtnis gewürdigt werden. Mit seiner bezaubernden Flöte und seiner tiefgründigen Weisheit ist im Hinduismus nach wie vor eine Quelle der Inspiration und Hingabe. Ob als schelbischer Junge aus seinen Davan oder als Arjunas spiritueller Führer, Krishna verkörpert göttliche Liebe und ewige Weisheit. Seine Lehren in der Bhagavad Gita haben nach wie vor einen großen Einfluss auf die Herzen der Gläubigen und erhellen den Weg der spirituellen Erfüllung und zur Harmonie mit dem Göttlichen. Neben dem Hinduismus wird Krishna auch von einigen Anhängern der Hare Krishna-Bewegung verehrt. Die im 20. Jahrhundert entstandene Hare Krishna-Bewegung rezitiert Krishas Namen und führt hingebungsvolle Praktiken durch, um spirituelle Erleuchtung zu erlangen. Im Hinduismus wird Buddha als der neunte Avatar von Vishnu verehrt. Eine göttliche Inkarnation, die Botschaften des Mitgefühls, der Gewaltlosigkeit und der Erleuchtung mit sich brachte. Dieser Glaube beruht auf der Vorstellung, dass Vishnu, der Erhaltergott des Hinduismus, verschiedene Formen oder Avatare annimmt, um die kosmische Ordnung wiederherzustellen und die Welt vor dem Bösen zu schützen. In der Regel glauben die meisten Hindus, dass Gautama Buddha eine weitere Inkarnation von Vishnu war. Die meisten Buddhisten teilen diesen Glauben jedoch nicht. Diese Frage ist für beide Religionen von entscheidender Bedeutung, da Vishnu und Buddha tief verehrt werden. Vishnu nahm die Gestalt des Buddha an, um Schmerz und Leiden zu beseitigen und den Weg der Entsagung und Erleuchtung zu lehren. Er wurde als Siadatta Gautama in eine königliche Familie geboren, verzichtete aber auf der Suche nach der Wahrheit auf Reichtum und Macht und erlangte unter dem Bodhi-Baum die Erleuchtung. Die Mission des Buddha-Avatars bestand darin, Gleichgewicht und Gerechtigkeit wiederherzustellen, indem er übermäßige rituelle Praktiken abschaffte und die wahre Essenz des Dharma förderte. Im Mittelpunkt von Buddhas Lehren stehen die vier edlen Wahrheiten, die das Wesen des menschlichen Leidens diagnostizieren und einen auf Ethik, Meditation und Weisheit basierenden Weg vorschreiben, um Nirvana, den Zustand der Befreiung und des Friedens, zu erreichen. Die Anwesenheit des Buddha in der Avatar-Tradition des Vishnu weist auf die Fähigkeit des Hinduismus hin, verschiedene Denkströmungen aufzunehmen und zu harmonisieren, die spirituelle Vielfalt zu schätzen und die zugrunde liegende Einheit zu erkennen. Als Vishnu-Avatar ist Buddha ein herausragendes Beispiel für Harmonie und gegenseitigen Respekt zwischen der religiösen Tradition in Indien. Er wird als mitfühlender Führer verehrt, der den Weg der Weisheit und des Mitgefühls erhält und lehrt, wie man Leiden überwindet und die innere Wahrheit erreichen kann. Ob als Begründer des Buddhismus oder als Inkarnation von Vishnu, Buddha ist und bleibt eine Quelle des Lichts und des Friedens für die Menschheit. Kalki, der Zerstörer, ist die zehnte und letzte Inkarnation von Vishnu. Nach hinduistischem Glauben materialisiert sich Vishnu auf der Erde, wenn die Welt von Bösem und Chaos bedroht ist, um Ordnung und Rechtschaffenheit wiederherzustellen. In der hinduistischen Kosmologie wird Kalki als der zehnte und letzte Avatar Vishnus prophezeit, der dazu bestimmt ist, in der Zukunft zu erscheinen, um das Ende des gegenwärtigen Zeitalters, bekannt als Kali Yuga, einzuleuten und eine neue Ära der Wahrheit und Tugend, Satya Yuga, zu Beginn. Kalki wird oft als Krieger auf einem weißen Pferd dargestellt, der ein flammendes Schwert schwingt, das die Vernichtung des Bösen und die Wiederherstellung des Dharma symbolisiert. Einigen Hindu-Texten zufolge wird Kalki von einer Gruppe von Saptarishi-Kriegern begleitet, die ihm bei seiner Mission, die Ordnung in der Welt wiederherzustellen, helfen werden. Der Gott wird eine neue Ära der Wahrheit und Rechtschaffenheit einleiten und seine Lehren werden dem Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt ein Ende setzen. Kalki gilt im Hinduismus als Symbol für Hoffnung und Erneuerung. Sein Erscheinen wird von vielen Hindus sehnlichst erwartet. Sie glauben, dass seine Ankunft unmittelbar bevorsteht und dass die Zeichen seines Kommens in der heutigen Welt offensichtlich sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017